So, und wir haben ja das nächste Orientierungsrennen, aber wir werden noch mal in die Werkstatt springen. Waren wir uns mal wieder kein neues Fahrzeug leisten können, aber wir haben zu wenig Geld einfach dafür. Deswegen holen wir uns mal die höchsten Reifen. Oh, und ja, versuchen auf gut Glück, na super, dieses Rennen zu meistern. Boah, 60 Grad an der Wüste, Alter. Habt ihr, boah, da gibt's ja einen. Oh, der ist, oh, warum sind denn eigentlich die Pickups so kippfähig? So, Blitz. Hä? Blitzendeckung? Was ist denn? Äh, äh, hä? Falsch ausgesprochen, na ja. Ähm, eine sehr komplizierte, oh, schwer. Oh, lange Strecke. Oh, ne. Och. Ja, also nach zwei kurzen Folgen kann wieder ne lange kommen. Was? Dass die grünen Boni wieder einigermaßen sicher sein sollten und die roten für Pickups. Oh, ein schwächer. Aha. Ja, nach zwei kurzen Folgen kommt jetzt mal ne längere Folge. Ich bin immer nach jeder Folge nervlich am Ende. So, mal gucken, wo's denn geht. Die Reise. Ich hab schon ne Vorahnung. Manchmal sind die Pfeile auch wirklich, boah. So, und komm, großer Gip. Oh, Bäume. Bäume mag ich gar nicht. So, wo ist es denn? Ah, er muss hier hinten. Da hinten, wo die Leute sind. Och, du Scheiße. Wie gesagt, die Sterne, äh, sind mir jetzt vollkommen egal. Egal. Genau wie die roten. Denn, ich fahr jetzt hier auf... Upsala. Zeit. Na, er muss auch rüber. Das trifft sich gut. Oh, grüner Stern. Ach du Gott, ne. Was geht da schon mal los? Wir müssen drassieren jetzt. Ups, 400 Dollar. Den lassen wir mal außen vor. Ja, das war ja mal der Arsch-Klan, ne. Und ich mal wieder der alte Schilder-Schrotter. Warum soll ich denn da runter... Jetzt... Uah, 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 uah. Und eine Rolle, uah, gedreht. Mit unserem Überraubügel passiert uns gar nichts. Aber man sollte es nicht übertreiben. Wo geht's lang? Oh, 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 ja, der ist kippernfällig. Aber wo geht's lang? Runter? Äh... Ei, 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 ei. Ja, das sollte meine Frage... Oh, dankesteinchen allem. Oi, ei, no! Boing! Das sollte meine Frage beantworten. Hatte ich das Gefühl? Wo gehst du denn jetzt schon mal noch hin? Da vorne sehe ich immer was Grünes. Zum Hochkraxeln. Und das nehmen wir mal mit Leichtigkeit. Denn wir wollen ja das Rennen gewinnen und nicht hier. Oh, das ist ja schon mal der Treibstand hier. Äh. Oh, Sinn. Geht's nicht entweder hin? Irgendwo da hinten? Ach. Ich steck schon mal noch den Sand fest. Das ist nicht lustig. Das war jetzt ja sperren. Komischerweise sperre ich immer das Falsche. Ja, naja. Äh, grün ist, grün ist gut. Grün brauchen. Ja, aber. Äh, ab da denn. Ach du Schei. Ja, 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 ja. So kommt man auch zum Ziel. Ja, 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 ja. Uiuiuiui. Boing. Hilfe. Danke, Leute. Danke, danke, danke. Oh, so viel überschläge wollte ich gar nicht machen. Ei, ei, ihr seid doch so wahnsinnig. So, wo geht's denn jetzt oder lang? M.O. Ah, hier über die Brücke, hier über die Brücke, hier über die Brücke. Äh, das würde ich nie im Leben machen, ey. Uiuh, zu gefährlich. So, da oben sind schon wieder Rode. Aber, das ist wie Treibsand hier. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Nicht schon wieder, Alter. Zweimal Bergung angefordert. Zweimal Bergung. Och, du Scheiße, raus. Da hinten ist das Ziel. Ich kann das schon riechen. Jetzt ist mir alles vollkommen egal. Auf diesen... Jetzt jage ich bestimmt kein Rot mehr. Aber das ist wie Treibsand, Alter. Und haben wir locker beendet. Obwohl wir mehrmals umgekippt sind. So, was haben wir denn neu? Oh, off-road, fieser Buggy. Sonst nix? Okay, dann werden wir beim nächsten Mal auf-road, fieser Buggy machen. Aber wir verschwinden erstmal in die Garage und... Aha, 6000. Dann werden wir in der nächsten Folge den fiesen Buggy spielen. Bis denn!